Ich drehe zwei Ventile auf, um das Wasser abzulassen. Lower Junction. Prison Grain. Female Grain. Okay, wir sind hier. Einmal nach rechts. Rechts. Und lass mich raten. Ja natürlich, da kann ja überall hin. Oh shit. Fuck. Hau ab. Billy, hau ab. Ich hab echt keine Lust auf dich. Verpiss dich. Ich hab echt keine Lust auf 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 dich. Wir warten kurz hier, dass er hoffentlich irgendwie in diese Richtung dort läuft und wir können einfach rübersprinten und ich weiß der perfekte Zeitpunkt. Obwohl er glaube ich gerade zurück kommt. Ich hasse den Typen. Rechts im Müll rechts. Okay jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Und da ist die Fettkwerke. warte ja hier wären wir sicher zumindest gut zu wissen hier haben wir das erste Ventil Drain Warden A Female Warden Drain Drain Warden oder ich schleiche mich rüber eins von beiden Drain Warden Drain Warden Drain Warden Drain Warden Keine Ahnung, ob dir das hört. Keine Ahnung, ob dir das ist. Keine Ahnung, ob dir das ist. Hat der jetzt ernsthaft zwei Batterien? Oh fucking hell. Okay nachladen ist doch nicht gut auf dieser Taste. Merke ich gerade. Ich habe jetzt ernsthaft wahrscheinlich eine Batterie, äh, ja, verschwindet. Billy kommt. Billy kommt. Billy. Billy. Komm, Kleiner. Komm. Soll ich hier rausrennen? Ja, ne, es steht natürlich gerade so, dass ich gar nicht kann. No. Please. Das wäre die Kleiner gewesen. Fucking hell. Wenn du hüpfst. Jetzt. Gibt es noch was? Nein, natürlich nicht. Welchen Weg muss ich nehmen nach rechts? Komm, komm, komm! Geh runter! Hau ab! Schnell! Please! Hoffentlich gibt es heute nicht noch was Schreckliches. Ja, sieht sehr schön aus. Ein Typ von der Decke, auch schön. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es. Wieso spiel ich das nur? Oh shit. Ich nehme dieses Schrei im Hintergrund. Okay... Ich bin der eigenen Weg. Aus der Kanalisation. Oh my gosh! Ey, das ist Vater Martin. Komm zurück! Hilf mir doch! I can tell we're the same. You still know what's real. The doctor is dead. You know that, right? Dr. Bernicke. If he died before he even started working here. What kind of experiments does a dead doctor perform on living patients? That's the question. Ey, du bist noch einer der normalen Typen, ne? Und danke für die Info. Falsch. Der Doktor ist... Der Doktor ist tot. Die Patienten wissen, dass Dr. Bernicke tot ist. Einer fragte mich, welche Experimente führt ein toter Doktor an lebenden Patienten durch? Was ist Projekt Wallrider? Ich schliess mal die Tür wieder. Und lass dich hier dann mal wieder alleine in deiner Bude. Ähm, ja. Hab noch ein schönes Leben. Vielleicht sieht man sich in der Stadt oder so beim Ankaufen. Mal schauen, ne? Also, dann tschüss! Was? Female Ward, Male Ward. Das Wasser ist rot. Oh mein Gott, alter Schwede! Oh mein Gott, alter Schwede! What the hell? Aber... Kommt da einfach... Ähm... Ja, in welche Richtung müssen wir? Ah, ja. Alles tut im Ende. Ah, schöne Dusche. Dein Deck abspülen. Ah, was ist hier bloß los? Ich hab jetzt schon wieder... Oh! Was war das? Was zur Hölle war das? Was zur Hölle war das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. So geht's mir auch. Ich hab erst eine halbe Stunde wieder aufgenommen. Und ich hab jetzt schon wieder keinen Bock mehr. Das Spiel... macht mich verrückt. Warte, gibt's da was drinnen? Nein, gibt's nicht. Ah, sorry, das hat mich jetzt nicht erschreckt. Ich hab dich gesehen. Spassi. Warte. So. Besser. Okay. Bin ich hier alleine? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Komma, Plus, Minus. Und ich bin jetzt gleich batterienlos. Okay, eine Batterie. Lass mich raten, ich bin nicht alleine. Wenn ich jetzt hier runterspringe, bin ich nicht alleine. Okay, doch. Warte. Hör doch mal auf damit. Ja. Ey. Okay. Bin ich hier richtig? Äh. Okay, hier gibt's nur ein Dokument. Oh Gott. Es blutet immer noch. Ich bin schon schwach, kalt. Es blutet immer noch. Aber es tut nicht mehr weh. Und ich habe fast Ruhe. Ich kann den Walreiter nicht mehr hören. Vielleicht klingt die Therapie langsam ab. Ich kann mich nicht mehr an die Träume erinnern. Mir wurde gesagt, ich könnte mir meine Entlassung von diesem Ort verdienen, wenn ich die Therapie über mich ergehen lassen würde. Lügen. Natürlich haben sie gelogen. Das war keine Therapie. Wir wurden geopfert, um einen Dämonen zu beschwören. Bitte nur keine Träume. Die einzige... Ja. Dann ist er wohl gestorben. Für was kann man... Hier und durch? Möchte ich das? Nein. Weil da geht's ja auch noch lang. Ja. 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 Jetzt Können Sie sie? Und wenn du denkst, dass du verstehst, was hier passiert ist, wirst du nur halbwegs nach dem Rabbit Hole sein. Es ist immer der Fall, dass jemand der Geld verdient, wird zu sagen, was die Wahrheit ist. Was passiert, wenn alles Geld ist gut? Das ist Faith. Geld ist eine Sache von Faith. Das ist das, was ich hier für bin. Für dich... ...beliebe.